Kohl Wow Er hat Kohl Er ist nicht mal fertig geworden Scheiße Auf welchem Feld befinde ich mich hier Feld 1 Verwaltung Auf Feld 5 war Kohl Und auf Feld 4 auch Okay was haben wir für Uhrzeit Ich muss nachhelfen Und zwar mit Kohl Ashley Kohl muss nachhelfen bei Kohl So Wo ist Kohl Also Welches Feld war es nochmal? Äh Feld 5 und Feld 4 Feld 5 und Feld 4 Feld 3 Feld 3 Und ist das hier 4 So Ich hoffe dass es auch klappt Dann noch das ganze Feld 5, das Säckle ist gleich kaputt, so, so, Feld 4 ist erledigt. Jetzt noch Feld 5 komplett, ist aber ungepflügt, Feld 5, das ist Feld 6, das ist Feld 5, ok, ich brauche Dünger, und, habe ich noch einen Säckle da rein, nein, ich muss noch eins bauen, wenn ich das nicht crafte, dann ist es vorbei, und der stinkt jetzt auch noch, scheißen Dreck, und jetzt bestimmt, ja, die zwei Häuser muss ich bauen, aua, irgendwie Dreck im Abgang, der Brunnen wird nicht benutzt, die Tierhaltung, zwei müssen gebaut werden, in der Produktion, wir können auch zwei, ok, gut, ich schau mal, was wir noch hinkriegen, so, Digger, der eigene Schnaufer geht mir auf, die Messe, so, hier, habe ich noch ein Säckle, 888 Federn, ok, gut, wir haben sehr viele Federn, das bedeutet für mich, ich kann genug Pfeile herstellen, oder die Federn verticken, also, was wollte ich hier nochmal, Fischtefilet, Fischtefilet haben wir jetzt ein paar, das heißt, die 20 Fischtefilet kann ich, wo muss ich die überhaupt abliefern, ähm, wo muss ich die Fischtefilet abliefern, äh, sag mal, ich hab wirklich eine Marke, die Persönlichkeit macht, Persönlich danach könnte sie gleich mit Sambo verwandt sein, scheinbar muss die aufhören, das Morde, äh, ok, ich kann ihn entweder eine neue kaufen, oder versuche sein alter Armbrust zurückbekommen, Rätselspiel habe ich doch schon einmal gehört, sprich mit Ida, äh, wo ist die Ida, warum wird mir jetzt die scheiß Quest nicht mehr angezeigt, die war doch hier, hm, müssen wir mal schauen, aber die jetzt zuerst, ich brauch Dünger, die Steinhacke hält noch ein bisschen, sehr gut, Dünger, ja, gut, wir haben keinen Dünger mehr, oder ist der Dünger jetzt unten, ne, das ist bestimmt, unten auch mal prozentig, Nein, ist er hier drin, das wäre natürlich strange, aber, ja, gut, dann verstehe ich, unser Problemchen, Dünger aus verstorbenen Scheiß, dann verstehe ich das Problem, ok, ok, Kohle, 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 Kohle ... Kohle, Kohle Sacken hier, jetzt auf Kampf natürlich noch Dünger zu finden, Dünge bringe ich jetzt, wie das erläutert, wenn ich jetzt keinen Dünger mehr bekomme. Verdorben. Noch mal zu wenig. Ich sammle mal mehr. Ich sammle die Beeren. Warte mal, ich kenne natürlich auch hier. Diese Einstellung wird zum Jahreszeitwechsel. Ich hatte da früher studieren müssen. Wir könnten natürlich auch vier Tage draus warten. Aber ich verstehe das Problemchen langsam. Der Dünger fehlt uns en masse. Wir kriegen aber nicht genug Dünger her. Das heißt, ich muss mit Dung kaufen nachhelfen. Jedoch... Ach was. Jedoch wird das nicht so einfach sein, da wir keine Kohle haben. Wir können natürlich Kohle generieren. Die haben wir noch einen vergessen. Gut. Schau mal was ich hier so versteckt habe. Komm verspähe. Komm verkaufen wir den noch. Und was könnte man noch verkaufen? Also, ich kann Steinpfeile herstellen. Wie viel habe ich denn hier? Fertigkeiten bekommen. Hier, schnell gut. Starke Leber, Trinkfest. Nein, Wasserläufe. Zinschneider bewegen durch Wasser. Entfällt es in einem weniger Schaden? Naja, das klingt. Das. Und das. So. Das ist Gold wert. Also. F grouped her. Drei Steinpfeile. Zehn Federn, zweie Steinpfeile. Zehn Stöcke. Zehn Stöcke. Zwei Steinpfeile. Oder hier. Auch zehn Federn. Ja, hab ich keine Bären mehr. Sehr gut. ich lasse die Beeren wieder hier drinnen und nehme das Verdorben in der Hoffnung dass wir knapp das wird sehr knapp aber wenn wir das hinkriegen dann habe ich schon zumindest mal ein bisschen Dünger für den Kohl 19 Dünger ja immerhin immerhin 19 ist nicht viel könnte mehr sein das bedeutet die Schweinefarm muss her also jetzt im Herbst muss ich das besser im Auge behalten dass wir genug Cash haben für Dünger jetzt haben wir noch ein bisschen verdorbenes Finger reinbar also Feld 5 Dünger fehlt die Zeit fehlt auch also es ist jetzt gerade sehr kritisch ja Säckle kaputt aber immerhin können wir so garantieren dass wir ein bisschen Kohle haben nur ein bisschen ein bisschen und danach muss ich mich um den Roggen kümmern für Tierfutter die Automation läuft eigentlich schon step by step aber eben jetzt das hätte ich das nicht bemerkt hergestellt habe aber so machen wir auch ein bisschen Landwirtschaftskill das hilft uns natürlich auch massivst weiter und dann können wir auch weiter und dann können wir auch weiter zücken 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 so wir haben es gleich geschafft und die Jahreszeit ist dann auch schon vorbei und dann wird es drauf drauf kann ich noch reden wird es drauf raus laufen dass ein paar Mitarbeiter Angestellte in unserem Dorf äh zwei Jahreszeiten zwei Jahreszeiten zwei Jahre nicht mehr arbeiten werden weil sie ein Kind kriegen so ich habe mein Bestes getan ich habe ein bisschen Kohle verteilt so K für Kohlsame hier sind sie da rein und dann ist die Jahreszeit auch schon wieder durch schlaf zur nächsten Jahreszeit so es ist Herbst und es regnet in unserem Dorf alle Mitarbeiter tun Sachen die sie nicht gerne machen und jetzt können wir Roggen und Weizen aufpflanzen gut also Feld 1 das ist Weizen Roggen sieht anders aus Roggen wäre hier auf Feld 2 hier kommt keine Zwiebel mehr her sondern hier kommt dann alles Roggen und bestätigen hier kommen Roggen hier kommen Weizen mehr kann ich sonst nicht anpflanzen okay gut dann dann hafer kann geerntet werden also wir haben hier drin nix nix nicht tonbewurf tierfutter ich brauche hafer und rocken für tierfutter Weizen braucht ich 64 und den Rest können wir Mehl machen oder wir lassen es uns zum Mehl verarbeiten jetzt muss ich hier aber aufpassen jetzt muss ich hier aber aufpassen die dröscht noch ok tierfutter kann sie noch nicht herstellen mehl mhm schwieriger entscheid sehr schwieriger 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 entscheid ich mach jetzt folgendes ich find jetzt hoffentlich die Dingens äh nein jetzt ist sie markiert ähm wenn sie fischen nicht äh das doch bloßen Sinn ergeben würde hier es wird mir nicht angezeigt ok also ich nehme jetzt mal die 20 fischte filet hier 24 24 fischte filet ich gebe die mir mal her ah so einfach geht das gut dann machen wir hier weiter in der hoffnung in der hoffnung dass ähm unser dorf das auch in den griff kriegt was ich zu bezweifeln kann ich denn mal überlegen ich muss nachher kann ich jetzt hier dem einen ein warum geht die stimmung runter was ist denn los bei euch wo ist 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 wie ist wo ist